Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Destiny 2. So, weiter geht's. So, ich ruf mir mal kurz noch ein Fahrzeug. Ach, kann die nicht gerufen werden? Alles klar. Daneben nicht. Ich finde diese Waffe jetzt ganz cool, die ich hab, muss ich zugeben. Alles, warum ist, ich muss mit dieser Waffe wirklich treffen. Weil ich nicht treffe, bin ich angeschissen. Oh, mein Gott. Okay. Let's mal schauen. Brustschutz. Jetzt hab ich 220. Okay, das ist besser, was ich hier habe. Wait a minute. All right. So, gut. Die Wex wissen bestimmt, dass sie hier am schutzlosesten sind. Diese Simulation wird sicherlich gut bewacht sein. Jetzt kommt in der Geschichte, an dem sie eine Realitätsmaschine erfunden haben. Es gibt nichts Wichtigeres. Doesn't matter, doesn't it? Hi, Jungs. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Ja, das ist ja. Also, das ist ja. Oh mein Gott Das ist ein Gottverdammter Scherz Das ist ein Gottverdammter Scherz Fuck Das ist ein Gottverdammter Scherz Das ist ein Gottverdammter Scherz Das ist ein Gottverdammter Ich brauche Oh, bitch. Das ist alles, was ihr habt. Oh, Gott. Das ist nicht gut. Okay, da oben ist einer, den habe ich schon gesehen. Granate ist wieder aufgefüllt, sehr gut. Da sind mehrere hintereinander weg. Was ist das? Okay. 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 WTF you guys are doing, WTF Hä? Das habe ich bekommen, ich habe keinen Plan Wait a minute Okay Warte, ich muss kurz trade, 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 trade Hä? Als ob Nie im Leben Niemals Vor allem, was soll denn hinter mir sein Warte mal ganz kurz Das ist sowieso nicht die richtige Waffe Mit das Ja, was soll denn hier sein, Samo? Ja, und das ist ein Stein, und? Hä? Hä? Ja, scheiße nicht, oder was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Komme ich hier durch? Wie komme ich da nicht durch? Ich bin Finally, Jesus Oh nein Wie sieht's aus 44 Wird nicht ganz einfach Bei all unseren Versuchen waren uns die Vex stets zwei Schritte voraus Aber dank dir und Ikora haben wir jetzt die Chance sie endlich mal zu überraschen Sehr beeindruckend Was ich also sagen will ist Wenn all das hier vorbei ist Werde es tatsächlich vermissen dein Geist zu sein Ein bisschen Oh das ist süß Oh Gott Ok Wir müssen zur Spitze dieses Turms Um den Algorithmus herunterzuladen Bevor die Vex den Immerforst kreieren können Oh 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 shit. Ich will mal kurz was austesten Leute, ganz kurz. 227, habe ich nichts stärkeres gehabt als das? Oh Gott. Hä? Oh Gott. Weißt du noch, wie ich gesagt habe, dass die WEX alles vorhersehen? Sie haben automatisierte Gegenmaßnahmen gegen Einbringlinge hier. Sie werden auf alles, was du tust, reagieren und sagt werden. Oh shit. Wir müssen die Stromzufuhr der Barriere kappen. Okay. Oh ja. Genau wie wir uns dachten. Sie warten auf uns. Jetzt können wir uns nur noch rein kämpfen. Und wer das erartet hat. Aber ist cool hier. Ich mag diese Landschaft. Aber ist da wie ich kann. Oh Gott. Ich weiß, wie wir uns in der Zeit zu hier sagen. Oh ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah! Oh no, really? Oh shit, oh god, oh god, oh god Oh god Come on, what's good, motherfucker? Yeah, I don't have any good drop, what I can do Oh god Oh god Ich hasse es, wenn die Karte die ausgeht Oh god Ich hab den Schloss mit Ich hab die Ich hab dich anderes Ich hab den Giffen Ich hab den Giffen Ich hab den Giffen Das war's. Das war's fine. Was hast du dem Papa gegeben, wenn ich fragen darf? 234. Let's take that. So, ich hab irgendwie Munition gegeben. Kann mal kurz durchschauen. Ich glaube... Potenziell nicht, oder? Das ist alles voll. Sehr gut. Das war's. 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 Oh Gott. Haben wir die Munition gedroppt irgendwie? Irgendwo? Ich hab grad nämlich gar nicht hingeschaut. Da ist was. Alles voll. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was? Ah, das ist mal, das ist mal. Hey, hey, hey. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Kann ich da auch um irgendwas hin? Was ist denn, Leute? Ich bin hier. Wir sind drin. Gehen wir nach oben und finden diesen Algorithmus. Yep, let's go. Ich bin eigentlich relativ gut aufgestellt, muss ich zugeben. Von den Waffen her? Ja, ich muss mit diesem Revolver oder was ist das? 100% treffen. Was ist das denn hier? Oh Gott. Ja, ich bin hier. oh so, sehr gut Oh Gott Oh Gott Sit your fucking ass down Something in here Okay Etwas fallen lassen für Papa Energiewaffe, lass mal schauen Refrain 237 Okay, wir nehmen die Gehe zum Algorithmus, wo sind der? Hier drüber Hi Jungs What the fuck Ah Dad Oh Gott Das war's. So, sehr gut. Also, ich bin gerade ein bisschen lost. So, jetzt geht's weiter. Hä? Ah, hier geht's weiter. Ja, glaube ich zumindest, oder? Oh Gott. Oh Gott. Alright, was haben wir hier? Oh Gott. oh shit 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 okay oh shit oh shit oh shit oh shit oh oh What the fuck are you doing? I seem worse than that Oh, wait, wait Hmm, not good Last night Oh, wait Oh, wait Oh, wait What the fuck are you doing? Oh, wait Perfect Perfect Oh, wait Okay What's this? Oh, wait Oh, wait Ouch Oh, God Oh, wait Oh, wait Oh, wait Okay 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 Oh, wait 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 What the fuck Oh, wait 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 Oh Oh, God Oh, wait Oh, wait Oh, wait Oh, wait Das war's für heute. Jesus Christ, eh? Wie weit bist du eigentlich? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. Das war's für heute. 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 Wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen Ikora. Gute Idee, oder? Ja, gern geschehen. Was? Warum hab ich das gerade gesagt? Mein Stein aktualisiert. Sprich mit Ikora. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.